Moin zusammen und herzlich willkommen zum 30. Vlog. Nach mittlerweile 10.000 zurückgelegten Kilometern möchte ich diese Folge dafür verwenden, um mal die Top 3 Dinge, die mir gefallen bzw. nicht gefallen, aufzuzählen. Auf Platz 3, was mir nicht gefällt, ist der Honda Personal Assistent. Der kostet ja im Jahr 49 Euro, basiert auf künstlicher Intelligenz und soll stetig anhand der verwendeten Befehle oder Sätze ja eigentlich, weil KI dahinter steht, automatisch irgendwie lernen und dann immer besser werden. Ich habe hier mal ein Beispiel. Okay, Honda. Navigiere nach Hause. Das habe ich leider nicht verstanden. Könnten Sie das bitte wiederholen? Danke. Keine Ursache. Ja, wir merken uns die drei Wörter. Navigiere nach Hause. Ich probiere das jetzt nochmal. Okay, Honda. Nach Hause navigieren. Ja, komischerweise in einer anderen Reihenfolge funktioniert das. Das heißt, fest definierte Abfolgen von Befehlen, die das System erkennt. Und, Entschuldigung, wer schon mal so ein Chatbot oder sowas programmiert hat oder zusammengeklickt hat von mir aus, der weiß, was im Hintergrund da irgendwie dahinter steht. Also das muss ich sagen mit KI. Also das ist ja wirklich nur eine Datenbank-Suche, die im Hintergrund irgendwie stattfindet. Ich will es nicht zu schlecht reden, aber es sind einfach so Dinge, wo ich sage, für das Geld im Jahr merke ich nicht, dass er zu 100% irgendwie sauber funktioniert. Mal ein anderes Beispiel. Ich beende vorher mal die roten Führung. Okay, Honda. Nach München Hauptbahnhof navigieren. Navigiere nach München Hauptbahnhof. Aha, aber es passiert halt überhaupt nichts. Da ist mein Navi, keine Zieleingabe, nichts. Okay, Honda. Schalte den Verkehrsfunk aus. Dieser Klient unterstützt keine Steuerung des Radios. Okay, Honda. Öffne das linke Seitenfenster. Es tut mir leid. Die Funktion ist nicht verfügbar. Okay, Honda. Mir ist warm. Es tut mir leid. Die Funktion ist nicht verfügbar. Es gehen so Kleinigkeiten, die man ja so aus den Broschüren kennt oder aus den Werbevideos kennt. Okay, Honda. Wo ist das nächste italienische Restaurant? Hier sind einige Ergebnisse. Du kannst das Ziel nach Zeilennummer auswählen. Mit Parkplatz. Hier sind einige Ergebnisse. Du kannst das Ziel nach Zeilennummer auswählen. Danke. Ich gebe stets mein Bestes. Das sind so kleine Beispiele, was halt dann schon funktioniert. Oder auch Supermärkte. Okay, Honda. Wo ist der nächste Rewe-Supermarkt? Hier sind einige Ergebnisse. Du kannst das Ziel nach Zeilennummer auswählen. Danke. Schön, dass du mit mir zufrieden warst. Vielleicht dann noch das Wetter. Okay, Honda. Wie ist das Wetter? In Horn liegen die Temperaturen bei 23 Grad und es ist sonnig. Und natürlich noch Witze erzählen kann er auch noch, der Assistent. Und ich glaube, das war es dann aber auch schon letztendlich. Viel mehr geht hier nicht. Und wie gesagt, am Anfang das Beispiel mit der Zielführung, mit der Adresseeingabe, finde ich einfach ein deutliches Indiz dafür, dass da nicht wirklich eine super KI irgendwie hinterhängt. Und die Möglichkeiten selber, also vielmehr fällt mir hier schon gar nicht mehr ein, was man hier noch machen kann. 49 Euro im Jahr. Muss man einfach mal drüber nachdenken. Machen wir mal weiter mit den Top 3. Was gefällt mir hier an dem Fahrzeug besonders gut? Und zwar Platz 3. Und auf Platz 3 habe ich für mich die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten ausgewählt, weil ich einfach sagen muss, was man hier an dem Fahrzeug einfach an Einstellungen vornehmen kann. Das ist doch schon sehr umfangreich. Nehmen wir mal Fahrzeugeinstellungen. Und dass ich halt einfach reingehen kann. Instrumenteneinstellungen. Ich kann die Warnhinweise an- und ausschalten. Ich kann mir den Blinkerton selbst einstellen. Ich kann die Lautstärke von Hinweistönen so einstellen, dass das Fahrzeug absolut ruhig ist. Also den Blinker höre ich kaum. Wenn die Auffahrtswarnung kommt, dann blinkt das vorne zwar riesengroß orange, aber es ist halt ganz leise. Ich kann die Außenspiegel individuell einstellen, verstellen. Ich kann Normalwinkel, Weitwinkel einstellen. Also da muss ich schon sagen, das ist richtig gut gelöst. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit, mit dem, was Honda hier so vom Konzept her bietet. Dafür Daumen hoch, Platz Nummer 3. Was mir weniger gut gefällt, und das wäre dann Platz Nummer 2 bei den Flops, ist für mich die Nichtberücksichtigung der aktuellen Reichweite des Fahrzeuges in Verbindung mit der Route, die ich fahren möchte. Ja, mir ist bewusst, das Fahrzeug ist für die Stadt konzipiert. Und gerade deswegen, weil die Reichweite ja nicht so enorm groß ist, fährt man ja trotzdem ab und zu mal längere Strecken. Und es ist einfach state of the art heutzutage, dass man, wenn man irgendwo hinfahren möchte, dass er dann auch sagt, wo ich denn meine Zwischenstops auf der Route idealerweise anhand meiner aktuellen Reichweite denn einplanen sollte. Jetzt drücke ich mal den Knopf auf dem Lenkrad. Finde Adresse, Hauptbahnhof München. Hat ja noch nie geklappt. Kennt ihr ja aus den vorherigen Vlogs. Ist jetzt ja gar nicht das Thema. So, und jetzt sagt mir das Auto, die Route überschreitet ihre Reichweite. Und da erwarte ich einfach, dass das vergleichsweise wie in einem Tesla oder in einem Mercedes oder in einem Audi und vielen, vielen anderen Marken, Ford Mach-i und was da alles so rumfährt, da erwarte ich einfach, dass ein Auto dieser Preisklasse auf, das ist für mich, ja, gehobenes Kleinwagen-Niveau, technisch verspielt und es prallt quasi damit, eine neue Latte für Kleinwagen zu legen. Und da muss ich sagen, da erwarte ich einfach, dass Fahrzeuge wie der Honda e das einfach können. Und wenn ich jetzt dann noch sage, E-Tankstellen suche, dann ist das Erste, was mir angezeigt wird, direkt der aktuelle Standort. Also Entschuldigung, jetzt muss ich hier selber noch sagen, der Route. Vielleicht muss ich hier sogar noch über die Reichweitenkarte gehen, muss mir raussuchen, wie weit da meine aktuelle Reichweite ist, um mir da dann irgendwie eine Zwischenladung irgendwie dann zu besorgen. Also wie lange soll ich denn hier sitzen, bevor ich dann irgendwie endlich mal losfahre? Das muss, finde ich, irgendwie nicht sein. Also das ist bei mir Platz Nummer zwei der Dinge, die mir weniger gut gefallen. Kommen wir zu Platz Nummer zwei bei den Dingen, die mir sehr gut gefallen. Ich muss mal eben das Standlicht einschalten, weil ich habe mich entschieden, aufgrund der Sonneneinstrahlung in die Tiefgarage hier unten zu stellen oder in das Parkhaus unten rein zu stellen. Was auf Platz Nummer zwei ist ja Dinge, die mir sehr gut gefallen, sind die Fahrassistenzsysteme. Das ist hier hervorragend gelöst. Also ich weiß, dass es jetzt dunkel ist, aber ihr kennt das ja. Das sind diese ganzen Tasten, wie ich hier halt den Tempomaten, den Limiter, den intelligenten Limiter. Ich kann die aktuelle Geschwindigkeit nehmen. Ich kann die Gespeicherte wieder aufnehmen. Ich kann den Spurhalteassistenten getrennt von anderen Assistenten ein- und ausschalten. Ich kann den per Radarsensor und nicht per Kamerasensor den Abstand zum Vordermann einstellen. Ich habe die Möglichkeit, einen One-Pedal-Driving zu nehmen. Ich kann die Intensität über Pedals einstellen. Ich kann neben One-Pedal-Driving auch für den nächsten Bremsvorgang damit arbeiten. Da muss ich einfach sagen, das ist hier auf einem Niveau. Da können sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, knapp 1.000 Kilometer mit einem Premium-Elektrowagen aus Amerika zu fahren. Und das, was da die Fahrassistenzsysteme, insbesondere Spurhalte, Verkehrszeichenerkennung usw. sich dargelegt haben, das war, muss ich sagen, nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie das Top-1-Produkt am Markt sein sollte. Und das kann der Honda eh. Deswegen ist das bei mir auf Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 1 der Dinge, die mir an dem Honda e überhaupt nicht gefallen, ist die fehlende Softwarepflege von Honda und die mangelhafte Kommunikation in Richtung Kunde. Und wir sind Early Adapter. Das heißt, für Honda sind wir ein wertvolles Gut, wenn wir unser Feedback zu dem Fahrzeug geben. Und wenn man mit dem Honda Support spricht, dauert es sehr lange. Wenn man mal die Honda App nimmt, da gibt es ja sehr große Enttäuschungen. Mittlerweile geht die App ja schon so ein bisschen. Aber wenn man da irgendwie Feedback gibt oder irgendwas anfragt, dann dauert das sehr lange. Und irgendwann wird das Ticket geschlossen. Letztendlich wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Und hier sind etliche Fehler drin. Und die habt ihr, glaube ich, nicht nur ich gemeldet. Also hier sind Übersetzungsfehler drin. Ich nehme mal den Bordcomputer. Aus Current Drive wird aktuelles Laufwerk statt aktuelle Fahrt. Wenn ich die Helligkeit einstellen will, dann steht hier Dunk. Vielleicht kommt das von Dark. Ich weiß es nicht. Wenn ich ins EV-Menu gehe, dann steht hier so etwas komisches wie Ladungswartezeit. Also der Zeitraum, wann das Fahrzeug, obwohl das angeschlossen ist, zu Hause an der Wallbox nicht laden soll. Da müsste es sich gehören, dass Sie da einfach mal ein Update nachlegen. Und auch andere Updates machen einfach irgendwie Sinn. Es gibt ja hier dieses Honda App Center. Ops, da muss ich mal rüberholen. Ich bin jetzt gerade nicht im Internet. Moment. So, weiter geht's. Also hier ist ja eine In-Car-App. Honda App Center. Ich stimme zu. Muss ich auch irgendwie jedes Mal machen. Gucken, ob ich das irgendwie noch ein bisschen schärfer bekomme. Und hier gibt es die Auto-Apps. Ihr könnt übrigens selber auf der Seite globalappcenter.com nachschauen. Übrigens ohne www, dann gibt es eine Fehlermeldung. Also globalappcenter.com könnt ihr auch sehen, dass es da nicht wirklich viel gibt. Ja, hier gibt es das tolle Aquarium. Das habt ihr 10.000 Mal in irgendwelchen Videos ja schon gesehen. Und dann gibt es noch AHA Radio. Egal, das war's. Hier ist nichts passiert. Also das Fahrzeug wird seit Juni 2020, ist es bestellbar, also jetzt 13 Monate. Wir haben jetzt Ende Juli. Und es gibt hier keine weitere App. Nichts. Gar nichts. Und es sind einfach auch viele Dinge, die man einfach noch besser machen können. Was ist mit einer Anzeige der aktuellen Ladegeschwindigkeit und so weiter und so weiter. Da hatte ich ja auch schon mal ein Vlog zugedreht. Und da muss ich einfach sagen, das finde ich sehr schade. Das erweckt so ein bisschen den Eindruck, als wenn Honda entweder durch die aktuelle Pandemiesituation das Thema nicht vorantreibt oder auch generell irgendwie aufgrund der geringeren Verkaufszahlen sich nicht unbedingt groß bemüht, hier bei dem Auto nochmal Neuigkeiten irgendwie reinzubringen. Ja, Auto ist fertig, App ist drinne und das war's. Und das wäre halt so schade, weil sie hätten wirklich jetzt die Gelegenheit, mit uns mal in Verbindung zu gehen mit der Community. Es gab ja auch schon mal eine Anfrage, da ist ja mal eine Umfrage per E-Mail an uns gesendet worden, an die Besitzer. Und da hat man sich echt Mühe gegeben, hat das alles zusammengeschrieben und ich habe davon nie wieder was gehört. Ja, und deswegen ist das bei mir Top 1 unter den Flops. Vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung zu den Flops. Warum sage ich denn hier nichts zur Ladegeschwindigkeit oder zur Reichweite? Weil das der Käufer vorher weiß und weil es individuelle Anforderungen sind. Benutzerprofile sind. Für mein Benutzungsprofil funktioniert die Ladegeschwindigkeit, sie wird auch eingehalten. Ja, die Werksangabe war immer 31 Minuten von 15 auf 80 Prozent. Die schafft das Fahrzeug und bei CCS-Schnellladern über 50 kW, 30 Minuten und die schafft er auch. Also von daher ist das für mich kein Flop. Jetzt aber zu Platz Nummer 1. Die Dinge, die mir hier an dem Fahrzeug am allerbesten gefallen, ist für mich, jetzt wird es ein bisschen emotionaler quasi oder ein Gesamtbild. Ich finde, Top Nummer 1 für mich ist das Gesamtkonzept von dem Fahrzeug. Das Design, die Technologien, die dahinter stecken. Wir hatten das gerade schon. Also diese ganzen Assistenzsysteme, die hier verbaut sind. Das ist alles hervorragend gemacht. Die Verarbeitungsqualität ist super. Ich finde das mit den Displays toll. Die digitalen Außenspiegel funktionieren hervorragend. Das Auto macht Spaß beim Fahren. Wir haben einen Heckmotor mit Heckantrieb. Der Innenraum ist schön großzügig für die Stadt. Das ist hervorragend. Das Auto ist ein Hingucker. Also von daher muss ich wirklich sagen, das ist bei mir absolut auf Platz Nummer 1 das Gesamtkonzept Honda e. Und das mal in Verbindung mit Platz Nummer 1 der Flops. Nämlich die fehlende Weiterentwicklung des Fahrzeugs. Wenn Sie das auf die Reihe bekommen, dann ist das echt ein super geniales Auto. Und ich werde das noch sehr, sehr lange fahren. Das soll es für dieses Video aber auch schon wieder gewesen sein. Bin mal gespannt. Schreibt es doch bitte unten mal in die Kommentare, welche Top 3 und Flops und Tops denn ihr bei euch so seht. Ich weiß ja, dass viele der Zuschauer hier sich sehr intensiv mit dem Honda e befassen, ihn bestellt haben oder auch sogar schon besitzen. Mittlerweile sind es ja auch schon über 270 Abonnenten. Ich glaube, tagesaktuell 275. Absoluter Wahnsinn. Dafür vielen Dank. Schreibt es mir also mal unten rein, wie ihr das seht, welche Punkte euch denn besonders stören oder welche ihr besonders gut findet. Und darauf freue ich mich auch schon. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.